Guten Abend. So einigermaßen schaffen wir, Marta, Claudia und Regine hier vom Fußvolk, es uns regelmäßig montags aufzurassen, hierher zu fahren. Wir bekommen dann ein vielfältiges Programm auf dem Silbertablett serviert und werden von den Organisatoren für unser Durchhaltevermögen gelobt. Heute, an der 200. Montagsdemo gegen den Flughasenausbau, möchten wir mal sicher in euer aller Namen diejenigen loben und vor allem auszeichnen, die hier jede Woche ein abwechslungsreiches Programm voller Informationen auf die Beine stellen. Diejenigen, die mit bewundernswerte Energie und Ausdauer Fakten sammeln und inhaltlich aufbereiten, die neue Ideen entwickeln, die in unzähligen Sitzungen und Absprachen den Mundenraufen der Ausbaugegner zusammenhalten, die Lieder texten, Technik herschleppen und aufbauen, Geld sammeln und vieles mehr. Das ist großartig und muss am heutigen Tag mal gewürdigt werden. Wir können euch zwar nicht das Bundesverdienstkreuz anstecken, aber den OAE für außergewöhnliches Engagement überreichen mit einem ganz herzlichen Dankeschön.